whisky.de treffpunkt feiner geister herzlich willkommen im whisky store dem treffpunkt feiner geister und heute habe ich eine super flasche hier auf meinem tisch stehen 50 jahre reifezeit 1965 bis 2015 43 prozent vom unabhängigen abfüller gordon mcfail hier habe ich was über unabhängige abfüller gesagt und zum abfüller gordon mcfail selber und der hat also in elgin als das letzte mal nachgefragt hatte er wo 20.000 fässer dort liegen unter anderem auch sehr sehr alte fässer und fässer ja die aus zeiten standen wo dieser unabhängige abfüller der standard abfüller oder der einzige abfüller für den single malt dieser brennerei war wo es original abfüllung nicht gab und dieser strathiler hat nun so ein label relativ uninspiriert und er mit der schrift zu strathiler erinnert mich so mit dieser kursiven schrift an the whisky store ja aber wer ist denn die von 1965 damals wurde also die gegend noch strathiler glenlivet genannt weil glenlivet ja mit seinen ersten whiskys die auf die welt raus gingen oder die berühmt wurden in der welt halt den namen gaben für die ganze region hat man sich gerne drangehängt auch wenn es strathiler in keith also relativ weit im nordosten der space halt liegt ja 70 zell 43 schlumberland habe ich schon gesagt strathiler war also eine der brennereien die schon im 18 jahrhundert gegründet wurden 1786 und früher hieß es also milton distillery da gibt es einen alten stich davon da kann man noch sehen wie die aussah und da gab es einen milton castle in der nähe ja wo gab es in schottland kein castle da steht dieser whisky ist süß und frisch mit anklängen von bienenwachs reifen gooseberries sind stachelbeeren und anise seed also anis geschmack cremig mit toffee reifen sommerfrüchten und einem subtilen anklang von holzkohlen holz so gut was kostet eine flasche jahr einen halben tausender müssen sie das schon ausgeben oder wie heißt immer so schön einen violetten schein wenn es überhaupt reicht noch je länger sie die später sie dieses video sehen umso teurer wird er momentan explodieren die preise hier für diese geordnet mcquail des keys das ist also gerade so kracht also da kriegt man die neue lieferung wie heißt ich bin 50 euro wieder mehr drauf so eine flasche ist also unglaublich die bestände scheinen wirklich schmal knapp zu sein sehr dunkel sehr duster 50 jahre eichenfass ich habe irgendwo gelesen soll first fill sein jetzt ist die frage immer wie viele davon gibt es gordon mcquail füllt in der regel so zwischen acht zwischen fünf und acht fässern ab so groß ist deren mischgefäß ob sie nun acht fässer davon hatten ich wage schwer zu bezweifeln also da einzel fassen einzel fässer nehmen sie gerne dann als fast stärke her wenn sie noch stark genug sind schwer zu sagen also ich schätze mal hier so zwei drei fässer mehr werden es nicht gewesen sein also frisch wie es da hinten drauf steht ist eine definitionsfrage süß ja und dahinter ein heftiger schwall von eiche ich habe mal einen glengrand von 1955 probiert der war auch 50 jahre alt und auch da merkt man vom brennereicharakter nicht mehr wirklich viel da ist es das fass was hier den hauptausdruck auf den whisky aufprägt also nach man sagt so nach so acht bis zehn jahren hat das fass wenn es nicht eher wie so ein fünffach ausgelutscht das ist also ein dreifach ausgelutscht das ist ein 50 prozentigen geschmacksanteil und wenn es also jetzt noch viel viel älter wird dann irgendwann wird das 60 70 80 90 und dann unterscheiden sie die whisky aus verschiedenen brennereien nicht mehr da schmecken sie primär das fass und da drin ist dann noch so eine leichte hinternote die von der brennerei stammt und in diesem fall ist es tatsächlich bienenwachs und zwar ist es so eine weihnachtskerze erinnert mich daran die reife stachelbeere ich habe als kind die stachelbeeren nicht gemocht weil wir sie immer zu früh gepflückt haben und sie immer so sauer und dann waren sie so zu stachelig auf der zunge so dass ich da nicht wirklich sagen kann sind das reife stachelbeeren oder sind das nur irgendwelche süßen früchte wobei die süße je länger ich da die nase reinhänge umso mehr lässt die süße nach am ende kommt sogar so ein bisschen von diesem besagten anis sieht also anis vor aber so groß und stark ist ja nie es nicht ja also für 43 prozent mords antritt auf der zunge das ist die eiche wenn man dann runter geschluckt hat erstaunlich wenig alkohol dabei ja der würde jetzt hier mit 48 auch ganz gut noch weiter drücken aber hat er nicht dafür kommt eine leichte süße auf die ja der speichelschluss anregt und einen sehr schönen kontrast zu der der eichenbitterkeit bringt die so ein whisky natürlich auf jeden fall hat 50 jahre alt zu der zeit dürften 99 prozent aller sherry fesse aus spanischer reiche gewesen sein also europäische reiche meistens glaube ich so aus den grünen hänen glaube ich kam die doch immer und das meine ich hier ganz ganz deutlich zu spüren auch wenn ich schon whisky hatte die ja eine zehnmal bittere note hatten also diese eichenbitterkeit hält nicht so lange an sie gibt also sind sehr schön leichten ja kaffee kakao ja eher kakao bitter kakao zusammen mit seiner leichten toffee note und im abgang wird er dann erst süß und dann ganz zum schluss bleibt ein bisschen die eiche übrig und dann jetzt zum aller 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 schluss ein bisschen süß eine wunderbare achterbahn toll sommerfrüchte ist ein bisschen schwierig zu definieren süß und saftig im geschmack aber so wie man runde geschluckt hat weichen diese früchte irgendeiner mehr intensiveren würzigeren fracht vielleicht ist das so vielleicht ein stück in richtung marzipan aber nicht wirklich also eine assoziation nach marzipan kommt in meinem gehirn auf ja den tropfen verschenke ich es nicht wenn sie mal ein lila zu viel haben es ist jetzt egal ob sie da 1965 nehmen 1964 nehmen oder was auch immer um dieses erlebnis zu haben sollten sie aber darauf achten dass die flaschen entsprechend dunkel sind und dann vielleicht nicht die flaschen nehmen die da so eine italienische bandrode drüber haben da hat es in der vergangenheit ihm wieder mal skandale gegeben nein gar nicht viel von einem offiziellen lieferanten sollte ja hier die angst ein fake zu erwischen bei diesen teuren flaschen dann doch etwas reduzieren auf jeden fall eine flasche die ja sie machen auch nicht wahnsinnig viel angst zu haben dass die jetzt wenn die bei ihnen fünf jahre rum steht dass die schlecht wird warum sollte sie warum sollte die oxidieren die lag schon 50 jahre im fass und für die fasswein ist immer wieder frischer sauerstoff reingekommen dagegen ist das was jetzt durch den korken darum noch reinkommt minimal die ist durch oxidiert fertig ende banale also den können sich hinlegen und tatsächlich fünf oder zehn jahre immer wieder von probieren das rechtfertigt dann vielleicht die ausgabe von so viel geld für so ein whisky ja sie müssen es drehen damit sie den kaufen können wer auf sagen wir mal auf ein ordentliches nicht ordentlich wer auf ein besseres preis leistungsverhältnis schaut wird so eine flasche nicht raussuchen wer aber einmal in dem leben so eine probieren möchte sehe ich hier diese nicht gerade die falsche ja jetzt winde ich mich hier hin und her auf jeden fall sollten sich daran halten bei den fünf jahren gibt sowieso keine mehr davon das könnte froh sein dass aus den siebzigern welche kriegen das soll es gewesen sein schau uns im shopsystem nach was es da so noch gibt nicht alles durchgängig ein jahr gegen vorhanden herzlichen dank fürs zuschauen und und jag Untertitelung des ZDF, 2020